Freunde, wir sind gerade dabei, mich zu Dilara zu transformieren und ähm, wir machen jetzt einen echten Eyebrow-Cut. Das kann was werden. Das kann was werden. Was wird? Guck mal, was wird. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Mhm, wird ja. Oh Gott, ich hab Angst irgendwie. Ich wusste nicht, ob es mir gefallen wird, aber es schaut einfach so gut aus. Alleine, da was?